Sonjas Tag Achtung! Alle Uhrzeiten in diesem Video werden in der Umgangssprache gesprochen. Sonja steht um sieben auf. Zuerst macht sie Frühsport. Dann geht sie auf die Toilette. Danach duscht sie. Um halb acht frühstückt sie. Um viertel vor acht geht sie mit dem Hund spazieren. Um halb neun fährt sie zur Arbeit. Okay, gut, danke. Tschüss. Von neun bis fünf arbeitet sie. Um viertel nach fünf taucht sie in den Supermarkt ein. Um halb sechs fährt sie nach Hause. Um sechs kocht sie Essen. Um halb sieben isst sie. Danach gießt sie die Pflanzen und macht sauber. Um viertel nach sieben ruft sie ihre Schwester an. Ja, hallo, ich bin's, ne? Wie geht's? Ach, das ist aber schön. Um acht sieht sie fern. Um zehn geht sie ins Bett. Um zehn geht sie ins Bett.